Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, die da draußen vor den Bildschirmen sitzen, hoffentlich mit einem Glas Wein oder einem Glas Bier in der Hand. Und ich hoffe, Sie haben den doch jetzt viele Wochen dauernden Lockdown so gut überstanden, dass Sie sich wieder freuen können auf eine weitere Darbietung aus dem Bereich Physik und Technik, die Ihnen zu Ihnen gebracht wird vom Exzellenzcluster Origins, einem Exzellenzcluster, der von den beiden Münchner Universitäten getragen wird in Zusammenarbeit mit vielen Max-Planck-Instituten, der ESO und dem Leibniz Rechenzentrum. Und wir freuen uns immer über die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum. Ohne diese Präsentation wäre also heute nicht möglich. Ich begrüße auch die helfenden Hände hier im Raum, in dem sehr leeren Raum, aber auch ohne diese helfenden Hände wäre die Live-Übertragung ebenfalls nicht zustande gekommen. Wir kommen also zu einem Vortrag heute, Teilchenphysik trifft Astrophysik. Und wir befinden uns sozusagen in diesem sehr großen Begegnungszentrum dieser beiden Felder mit vielen einzelnen Räumen und sind heute in einem Raum, bei dem Neutrinos eine sehr wichtige Rolle spielen. Es geht um das Spannungsfeld zwischen Sonne und Neutrinos. Die Sonne dient zum einen als Quelle, sozusagen ein Reaktor für die Produktion von Neutrinos, deren Weg von der Sonne bis zur Erde wir also studieren können und dabei Aufschlüsse über die Natur der Neutrinos erhalten. Andererseits können wir die Neutrinos nehmen, um etwas über die Produktion derselben in der Sonne zu lernen. Also beides, Sonne und Neutrinos, haben ja also eine doppelte Rolle heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass wir also mal wieder dieses spannende Feld der Neutrinophysik hier darbieten können. Sind doch Neutrinos einfach die Teilchen, die wir eigentlich gar nicht sehen können sollten. Wäre das der Fall, hätten wir natürlich auch keinen Vortrag und im heutigen Vortrag werden wir also lernen, wie wir diese unsichtbaren Teilchen zu sehen bekommen. Wir können also mit Neutrinos die Sonne beobachten, egal ob es wolkig ist oder ob Nacht ist, ein großer Vorteil von diesen sehr flüchtigen Teilchen. Auf diesem Weg von der Sonne bis zur Erde passiert mit den Neutrinos sehr viel. Und ich freue mich sehr, dass wir also heute einen lieben Kollegen von mir, von der TU München, als Vortragenden gewinnen konnten, nämlich Lothar Oberauer. Lothar Oberauer hat in München studiert und dann beim Rudolf Mößbauer, bekannten Nobelpreisträger aus München, promoviert und hat dann seine ersten Arbeiten mit Neutrinophysik an einem großen Reaktor in Frankreich gemacht. Lothar war dann viele Jahre im Forschungslaboratorium Grand Sassu in der Nähe von Rom tätig, unterbrochen von einem zweijährigen Aufenthalt an einem Tieftemperaturinstitut in Boreut, bevor er dann 2002 Professor an der TU München geworden ist. Und viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass die beiden Universitäten den Exzellenzcluster Origins als Fortsetzung des Exzellenzclusters Universe nehmen. Eigentlich praktisch so etwas wie das Paradebeispiel eines solchen Begegnungszentrums zwischen Astrophysik und Teilchenphysik und Lothar Oberauer war von Anfang an dabei und hat uns immer wieder mit seiner spannenden Forschung viel Freude gemacht. Und so hoffe ich, dass auch Sie heute Abend seinen Bericht aus der Forschung genießen können und bitte Lothar um seinen Vortrag. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, Lothar. Ja, grüß Gott und vielen Dank für die warmen und netten Worte und die Einführung. Und vielen Dank auch für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin, hier im Ehrensaal vom Deutschen Museum. Ja, Teilchenphysik trifft Astrophysik. In den einführenden Worten hat Stefan Paul es schon angesprochen. Wir werden zwei große Themen heute sozusagen besprechen. Das ist einmal die Sonne, die Sonnenphysik, aber auf der anderen Seite Neutrinos, spezielle Elementarteilchen, die in der Sonne gebildet werden. Die Sonne hat die Menschen schon seit vielen Jahrtausenden beschäftigt und die Frage, wie die Sonne sozusagen funktioniert, das bedeutet, wie sie die unglaublich große Menge an Energie freisetzt, die ja auch hier auf der Erde Leben erst ermöglicht, hat die Menschen immer beschäftigt und dann später auch bei den Anfängern schon der modernen Wissenschaft und auch der Physik immer wieder neue Impulse geliefert, einfach weil man verstehen wollte, wo diese ungeheuren Energien herkommen. Sie sehen hier eine Liste von den Eigenschaften der Sonne, die alle in meinem Vortrag eine gewisse Rolle spielen werden. Das Augenscheinliche aber ist diese enorme Energie, die Sie hier sehen, also 3,85 mal 10 hoch 26 Watt ist die Leistung der Sonne und auf jedem Quadratmeter hier auf der Erde und wir befinden uns im Mittel 8,3 Lichtminuten entfernt von diesem Himmelsgestirn, kommen immerhin noch fast 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter an. Jeder, der eine PV-Anlage auf seinem Dach hat, so wie ich, der erkennt diese Zahl, wenn man die Effizienz von seiner PV-Anlage weiß und die Fläche, dann kann man sich ausrechnen, wie groß die Leistung im Peak ist. Woher kommt diese Energie? Diese Frage hat im 19. Jahrhundert, ist die sozusagen zum ersten Mal ernsthaft angegangen worden von der physikalischen Seite her und vor der Entdeckung der Radioaktivität, vor der Entwicklung der Quantenmechanik und vor Albert Einsteins Beziehung zwischen Energie und Masse, war das sozusagen erfolgreichste Sonnenmodell, wenn man einfach die Länge der Zeit nimmt, wo dieses Modell sozusagen aktuell war, jenes, dass diese Energie aus Gravitation entsteht. Das heißt, die Idee war, dass die Sonne langsam unmerklich schrumpft und dabei Energie freisetzt. Es gab auch noch alternative Modelle, chemische Energie, die sogenannte Meteoritentheorie. Alle diese Theorien hatten ein großes Problem, nämlich das Alter der Sonne zu erklären. Man kann sich dann zum Beispiel mit der Gravitationsenergie-Theorie, die Lord Kelvin, aber auch Helmholtz verfolgt und verteidigt haben, relativ leicht ausrechnen, dass die Lebensdauer von dem Sonnen nicht sehr viel mehr als wie eine Million Jahre sein kann. Und wie Sie wissen, ist zu dem damaligen Zeitpunkt auch bereits die Evolutionstheorie von Darwin entstanden, aber es gab auch geologische Untersuchungen, die darauf hingewiesen haben, dass das Alter der Erde deutlich länger sein sollte, wie ein Million Jahre. Und es war natürlich auch klar schon, dass die Erde mit den anderen Planeten im Sonnensystem, mit der Sonne entstanden sein müssten. Die Erde kann also nicht älter sein als wie die Sonne. Das war das Altersproblem, das damit mit dieser Theorie nicht erklärt werden konnte. Nun ein paar Worte zu Neutrinos. Neutrinos sind, wie gesagt, Elementarteilchen. Sie sind die einzigen Elementarteilchen, die Materie aufbauen und die elektrisch neutral sind. Sie gehören zu den sogenannten Leptonen. Wir haben nicht sehr viele Elementarteilchen. Das ist sehr übersichtlich. Sie sehen hier die Tabelle. Wir haben hier die sogenannten Leptonen. Das ist griechisch. Das bedeutet so etwas wie leichte Teilchen. Und diese Nu-E, Nu-Mü und Nu-Tau, das sind die Neutrinos. Diese Neutrinos kommen in drei Formen vor. Man nennt die Flavor auf Englisch oder eben in drei Arten. Wie wir heute wissen, haben diese Neutrinos eine sehr, sehr kleine Masse, wenn man das vergleicht mit den anderen Elementarteilchen, die Materie aufbauen und sie wechselwirken mit Materie extrem schwach. Das liegt daran, dass sie elektrisch neutral sind. Und im Gegensatz zu den Quarks, die Sie da unten sehen, wo Sie sehen, dass die auch in drei sogenannten Familien vorkommen, nehmen die Neutrinos an der starken Wechselwirkung nicht teil. Sie nehmen also weder an der elektromagnetischen noch an der starken Wechselwirkung teil. Sie wechselwirken nur über die sogenannte schwache Wechselwirkung und sind deswegen sehr flüchtige Teilchen. Sie sind so flüchtig, dass sie am Anfang nicht entdeckt worden sind, sondern sie wurden postuliert von niemand Geringeren als Wolfgang Pauli, einen der berühmtesten theoretischen Physiker wahrscheinlich im letzten Jahrhundert. Und er hat das Neutrino 1930 postuliert, wie Sie hier lesen können, in einem Brief an eine Gesellschaft von Physikern, die sich im Dezember 1930 in Tübingen getroffen hat und in einem verzweifelten Ausweg, nämlich um die Energieerhaltung im Beta-Zerfall, übrigens auch Drehimpulserhaltung, das hat natürlich Pauli auch umgetrieben, zu retten. Und er hatte in diesem Brief auch beschrieben, dass er ganz was Fürchterliches angestellt hat, also etwas, was man als Physiker niemals machen sollte. Er hat ein Teilchen postuliert, also die Existenz eines Teilchens, das man niemals nachweisen wird können. Das war die Vorhersage von Pauli. Und in der Tat hat es 26 Jahre gedauert, bis dann aber dann doch experimentell das Neutrino von Reiners und Cohen an einem Kernreaktor nachgewiesen worden ist. Sie sehen hier die Reaktion. Und wenn Sie den Beta-Zerfall anschauen, das ist im Wesentlichen der Zerfall eines Neutrons in einem Proton, in ein Elektron und man hat die Energien der Elektronen in einem vermessen und man hat eigentlich angenommen, dass diese Energien einen festen Wert haben sollten, aber eben Pauli hat die Existenz des Neutrinos postuliert, weil man beobachtet hat, dass die Elektronen ein kontinuierliches Energiespektrum haben. Und die inverse Reaktion sozusagen, nämlich die Reaktion dieser Neutrinos, die wir heute Elektron-Antineutrinos nennen, an einem freien Proton unter der Bildung von einem Neutron und einem Positron war die Reaktion, die damals 1956 von Reiners und Cohen benutzt worden ist. Wie hängt jetzt nun die Sonne und Neutrinos zusammen? Nun, wir wissen heute, dass die Quelle der Energie der Sonne die Fusion von Wasserstoff zu Helium ist. Genauer gesagt die thermonukleare Fusion. Das bedeutet, im Zentrum der Sonne sind Dichten und Temperaturen so hoch, dass Protonen miteinander verschmelzen können und dabei Helium bilden. In der Summe ist es eine Reaktion, wo vier Wasserstoffkerne sich binden, fusionieren zu einem Heliumkern und dabei werden zwei Positronen emittiert und eben zwei Neutrinos. An dieser Summenreaktion sieht man auch, dass die Energiefreisetzung in der Sonne ganz wesentlich durch die Eigenschaften der schwachen Wechselwirkung bestimmt werden, weil, wie gesagt, Neutrinos ja nur in Prozessen der schwachen Wechselwirkung erzeugt werden und auch nachgewiesen werden können. Das ist etwas, was man durchaus bemerkenswert finden kann, weil natürlich im allgemeinen Leben die Meinung ist, dass schwache Wechselwirkung etwas Elitäres ist und keinen großen Bezug zur Alltagswelt hat. Aber die Sonne beruht darauf. Warum wird hier Energie freigesetzt? Sie sehen, das Helium-Für ist etwas leichter als die Summe von vier Protonen. Dieser sogenannte Massendefekt in der Verbindung mit der berühmten einsteinischen Formel, dass Energie und Masse äquivalent sind, erklärt, dass eben der Energieunterschied bei der Fusion in kinetische Energie der Teilchen, die entstehen, geht, die stoßen einander, es werden Photonen gebildet und diese Energie wandert langsam aus den inneren Bereichen der Sonne nach außen und wird letztendlich an der Sonnenoberfläche in Form von elektromagnetischen Strahlung abgestrahlt. Man kann sich leicht überlegen und ausrechnen, wie lang nun die Lebensdauer von einem solchen Stern wie unsere Sonne ist und man kommt, also die Frage ist dann, wie lang braucht es, bis eben der Wasserstoff aufgebraucht ist und man kommt auf eine Zeitskala von typischerweise 10 Milliarden Jahren und Sie sehen, damit ist dieses Altersproblem der Sonne, die die Theorien des 19. Jahrhunderts hatten, gelöst. Es ist ganz illustrativ, die Energiebilanz der Sonne sich anzuschauen und ich möchte Ihnen anhand von dieser Seite erklären, dass es ganz einfach ist, die Anzahl der Neutrinos hier auf der Erde und pro Quadratzentimeter, also pro Flächeneinheit und pro Sekunde sich zu überlegen. Noch einmal, die solare Leistung steht hier oben, also die unvorstellbaren 3,85 mal 10 hoch 26 Watt. Der Verlust an Wasserstoff durch nukleare Fusion in der Sonne ist enorm hoch. Das sind 564 Milliarden Kilogramm pro Sekunde und der Gewinn an Helium ist 560 Milliarden Kilogramm pro Sekunde. Dann sehen Sie den Unterschied. Das ist das, was die Energiefreisetzung in der Sonne dann eben ausmacht. Die Energiefreisetzung entspricht eben dann genau 4 Milliarden Kilogramm pro Sekunde oder wenn man das in Erdmassen ausdrücken möchte, entspricht es 87 mal der Masse der Erde in der bisherigen Lebensdauer von der Sonne, die ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Aus dieser Energiebilanz kann man die Rate der Fusionen, also wie oft pro Sekunde diese Fusion im Inneren der Sonne stattfindet, ausrechnen. Die liegt bei 10 hoch 38 Reaktionen pro Sekunde und bei jeder Reaktion werden zwei Neutrinos emittiert und man kennt den Abstand zur Erde zur Sonne, die ungefähr 8,3 Lichtminuten entspricht und kann sich dann ausrechnen, dass pro Quadratzentimeter und pro Sekunde zu jeder Tageszeit und Nachtzeit natürlich 6 mal 10 hoch 10 Neutrinos, also 60 Milliarden Neutrinos uns sozusagen passieren, also die Fläche von einem Fingernagel. Das ist eine enorme Menge an Neutrinos. Wir merken aber nichts davon, weil eben die Neutrinos so extrem schwach wechselwirken. Das heißt, sie hinterlassen keine Spuren in der Materie. Nun, diese Summenreaktion, die ich Ihnen gezeigt habe, erfolgt so nicht in der Sonne. Es wäre extrem unwahrscheinlich, dass vier Protonen gleichzeitig zusammenkommen und dann eben einen Heliumkern bilden. Die Produktion verläuft in mehreren Schritten. Deshalb habe ich Ihnen hier die wichtigsten Prozesse verlaufen in den sogenannten PP-Ketten. Das sind Fusionsreaktionen, wo zuerst zwei Protonen zu Deuterium verschmelzen und ein Neutrino emittieren, Später dann wird Helium-3 gebildet und Helium-4 und Helium-3 plus Helium-4 bildet dann hier Helium-4, also zwei Helium-4 und zwei Protonen. Und Sie sehen hier, am Ende kommen dann nochmals Neutrinoquellen vor und man nennt die in dem Jargon der Teilchenphysiker, bezeichnet man dann die aufgrund der Verzweigungen, die in der Sonne hier stattfinden, entweder PP-Neutrinos oder PEP-Neutrinos, Beryllium-7-Neutrinos und BO-8-Neutrinos. Und all diese Neutrinoquellen wurden mit einem Experiment gemessen, nämlich mit Boryxinom. Neben diesen PP-Neutrinos gibt es eine subdominante Kette oder Zyklus besser gesagt, den CNO-Zyklus, der Kohlenstoff-, Stickstoff- und Sauerstoffkerne quasi als Katalysatoren verwendet und bei denen über sukzessiven Protoneinfang immer schwerere Kerne gebildet werden, die dann wiederum zerfallen und bei diesen Zerfällen ebenfalls Neutrinos emittieren. In der Summe passiert wieder das Gleiche. Protonen werden eingefangen, bis der Kern so schwer ist, dass er eben einen Helium-4, also ein Alpha-Teilchen, emittiert und wieder zu dem Ausgangsstoff, sozusagen zu Kohlenstoff-12, zurückgeht. Ja, wenn man nun all diese Neutrinoquellen untersucht, dann stellt man fest, dass die Energien dieser verschiedenen Quellen in der Sonne unterschiedliche Energien haben. Man nennt das das Neutrinospektrum oder eben das solare Neutrinospektrum und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Sie sehen auf der Achse von links nach rechts die Energie, die ist in Megaelektronenvolt. Das ist eine typische Energieskala der Kernphysik. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich eben um Fusionsreaktionen von Kernen handelt. Und nach oben hier die Anzahl auf einer logarithmischen Skala und Sie sehen, man hat die PP-Neutrinos, die sind die häufigsten, aber sie sind im Spektrum ganz links, das bedeutet, sie sind niederenergetisch. Und dann haben wir hier zwei Linien, nämlich einmal die Beryllium-7-Neutrinos. Die entstehen aus dem Einfang von Elektronen in dem Sonnenplasma mit Beryllium-7. Sie sind aus diesem Grund monoenergetisch und man hat die PP-Neutrinos bei ungefähr 1,4 Megaelektronenvolt, die ebenfalls monoenergetisch sind. Daran schließt sich dann das hochenergetische Spektrum der Bohr-8-Neutrinos an. Das endet ungefähr bei 15 Megaelektronenvolt. Die haben also die höchsten Energien, sind aber jene Neutrinos, die am seltensten sind. Nun komme ich zu dem Experiment, um das es sich heute dreht, nämlich um Borexino. Bevor ich das Borexino-Experiment vorstelle, ein paar Eckdaten. Es befindet sich im italienischen Gran Sasso-Untergrundlabor. Die Idee zu diesem Experiment entstand im Jahre 1992. Die erste Prototyp-Detektor wurde ebenfalls im Gran Sasso-Untergrundlabor in den Jahren 1994 aufgebaut und hat bis ins Jahr 2002 erste Daten genommen und hat sozusagen den Weg geebnet. Das war sozusagen ein Pfadfinder-Experiment, mit dem noch nicht solare Neutrinos nachgewiesen werden konnten, die aber den Weg gezeigt haben, wie man den Detektor dann aufbauen soll. Der Aufbau des Detektors erfolgte über eine relativ lange Zeit, nämlich über zehn Jahre, war mit allerlei Schwierigkeiten verbunden und dann ging es allerdings sehr schnell. Im gleichen Jahr wurden die Beryllium-7-Neutrinos gemessen und Sie sehen dann drei Jahre später die Bohr-8-Neutrinos. Die PEP-Neutrinos haben sich angeschlossen, dann die PP-Neutrinos und am Schluss nämlich im letzten Jahr gelang auch die erstmalige Messung von den CNO-Neutrinos, die hier in diesem Spektrum als rote Linien hier eingezeichnet sind. Mit anderen Worten, Burixino, als in einem Experiment ist es gelungen, all diese solaren Neutrinoquellen zu untersuchen. Die Kollaboration ist, wenn man es vergleicht mit modernen, großen Experimenten der Teilchenphysik, zum Beispiel am CERN, am Large Hadron Collider, relativ überschaubar. Sie besteht aus 16 Institutionen aus den Ländern Italien, USA, Deutschland, Frankreich, Russland und eine kleine Gruppe aus Ungarn. Die Gruppe von der TU, zu der ich auch gehöre, sind Mitbegründer von diesem Experiment. Also wir sind seit 1992 sozusagen mitten dabei und dabei ist zu nennen, vor allen Dingen, Franz von Feilitsch und auch Stefan Schönert, der mit mir damals eben das Burixino-Experiment begonnen hat. Insgesamt sind es ungefähr 75 Wissenschaftler, die an dem Experiment teilnehmen. Wie werden solare Neutrinos im Burixino nachgewiesen? Stefan Paul hat in seiner Einführung sehr schön erklärt, dass sie ja eigentlich unsichtbar sind. Ich habe ihnen erklärt, dass sie weder elektromagnetisch noch über die starke Wechselwirkung irgendwelche Reaktionen machen, aber sie unterliegen der schwachen Wechselwirkung. Das sind Prozesse bei diesen niedrigen Energien, die sehr selten ablaufen. Aber ab und an gibt es eben diese Reaktion und die Reaktion, die wir in dem Burixino-Experiment benutzen, ist eigentlich eine sehr einfache, es ist eine sehr, wie soll ich sagen, elementare Reaktion in der Physik, in der Teilchenphysik. Sie müssen sich das vorstellen wie einen Billardstoß. Es ist ein Streuprozess. Das Neutrino, hier gestrichelt gezeichnet, trifft auf ein Elektron. Das Elektron ruht im Zentrum von unserem Detektor und das Neutrino streut über die schwache Wechselwirkung an diesem Elektron und dabei erfährt das Elektron einen Rückstoß, wie beim Billardstoß. Und das ist das, was wir sehen in unserem Detektor. Wir sehen Rückstoßelektronen. Der Elektron ist ein geladenes Teilchen. Durch den Rückstoß bekommt es einen Impuls, es bekommt kinetische Energie und diese Energie wird deponiert in einer bestimmten Flüssigkeit, in einer speziellen Flüssigkeit, ein sogenannter Flüssigzintillator, eine Flüssigkeit, die aus einem organischen Material besteht und die Eigenschaft hat, dass in diesem Medium ein geladenes Teilchen, wenn es Energie deponiert, Licht erzeugt. Und dieses Licht wird von Fotosensoren nachgewiesen. Das ist das Prinzip, wie wir Neutrinos in diesem Experiment nachweisen. Insgesamt verwenden wir 270 Tonnen von dieser Flüssigkeit in unserem Detektor. Sie sehen hier eine fotografische Aufnahme von dem Inneren von dem Detektor. Auf den Aufbau werde ich noch kommen. Gefüllt mit diesem Flüssigzintillator und eben noch einmal hier das Neutrino, das man natürlich tatsächlich nicht sieht, das eben stößt an einem Elektron. Dieses Elektron kommt nicht weit, es kommt vielleicht einen Millimeter in dieser Flüssigkeit, dann hat es seine Energie abgegeben und es macht einen Lichtblitz. Und diesen Lichtblitz wird nachgewiesen in 2.212, auf Fotovervielfachern, also in den Fotosensoren. Hier sehen Sie eine Echtzeitaufnahme sozusagen von einem Neutrino im Borexino-Experiment. Das ist natürlich ein Ergebnis von der Datenanalyse. Das heißt, man beobachtet, man hat also 2.216 Photomultiplier in kugelförmig, um diesen Bereich, der mit Flüssigzintillator ausgefüllt worden ist und man beobachtet einzelne Lichtblitze in den einzelnen Photomultiplierern, Photovervielfachern und kann daraus aus der Menge des Lichtes die Energie des Rückstoßelektrons rekonstruieren und, was ganz wichtig ist, auch den Ort des Ereignisses. Wie gesagt, das Elektron kommt nicht weit, das ist nach einem Millimeter gestoppt. Das heißt also, wenn ich den Ort von dem Ausgangsort der Emission der Sintillationsphotonen rekonstruieren kann, habe ich auch den Ort der Neutrino-Wechselwirkung festgelegt. Und somit kann man diese Neutrino-Ereignisse sammeln. Man hat natürlich elektronische Aufnahmesysteme, mit denen man diese Ereignisse dann registriert und dann eben einordnen kann. Nun ist die Streuung kann unter bestimmten Winkeln erfolgen. Der Winkel kann klein sein oder er kann groß sein, maximal 180 Grad. Das würde bedeuten, dass das Neutrino sozusagen zur Sonne zurückfliegt, quasi reflektiert wird. Je nach diesem Streuwinkel ist die Energie des Rückstoßelektrons zu bemessen. Das ist, glaube ich, auch ganz anschaulich. Denken Sie an den Billardstoß. Wenn Sie Billard spielen und Sie stoßen an die Kugel nur ganz leicht, sodass der Streuwinkel eben nur kleine Werte hat, dann können Sie keine großen Impulse oder Energien auf die vorher ruhende Kugel übertragen. Und so ist es hier auch. Das heißt, wir wissen natürlich den Streuwinkel nicht. Das bedeutet, dass wir aus der Messung der Energie, des Rückstoßelektrons nur indirekt die Energie des Neutrinos rekonstruieren können. Das bedeutet, dass zum Beispiel die an und für sich monoenergetischen Beryllium-7-Neutrinos im Detektor eine sichtbare Energieverteilung produzieren, wie sie hier mit der roten Kurve dargestellt worden ist. Es gibt eine maximale Energie und die entspricht einem Streuwinkel von 180 Grad und es gibt eine minimale Energie, die bei Null liegt. Das entspricht sozusagen Vorwärtsstreuung. Das ist wichtig, wenn Sie jetzt dann gleich die Ergebnisse von dem Experiment verfolgen, damit Sie verstehen, wie diese Spektren, die ich Ihnen zeigen werde, eben einzuordnen sind. Hier sehen Sie eine schematische Darstellung von dem Experiment insgesamt. Wie gesagt, in dem Gran Sasso Labor tief unter der Erde im Inneren eine hauchdünne Nylon-Membran, transparent, muss natürlich transparent sein, damit das Licht nach außen zu den Fotovervielfachern geht, die Sie hier eingezeichnet sehen, in der Mitte 270 Tonnen von dieser Flüssigkeit, diesem Sintillator. Sie sehen, die Photomultiplier befinden sich auf der Innenseite einer Stahlkugel mit einem Durchmesser circa von 13 Metern, so dass Sie ungefähr ein Gefühl haben für die Größenordnung. Und diese Stahlkugel wiederum befindet sich in einem Stahldom mit einem Durchmesser in einer Höhe von circa 18 Meter. Der ist auch bestückt mit Fotosensoren und gefüllt mit Reinstwasser und dient als Tcherenkov-Detektor für eindringende kosmische Myonen, die damit identifiziert werden. Diese kosmischen Teilchen, Sekundärteilchen, die können wechselwirken in unserem Detektor und unter Umständen Neutrino-Signale vortäuschen, wo in Wirklichkeit kein Neutrino da war und um diese myonischen Ereignisse festhalten zu können, haben wir dieses Veto gebaut. Veto bedeutet also, dass wenn man in dem äußeren Detektor ein Signal sieht, dann gibt es ein Veto. Man weiß, dass zur gleichen Zeit das Ereignis im Inneren nichts mit einem Neutrino zum Tun haben kann. Um uns überhaupt vor dieser kosmischen Strahlung zu schützen, befinden wir uns tief unter dem Gran Sasso-Massiv in Italien, ungefähr 150 Kilometer östlich von Rom und Sie sehen hier eine schematische Darstellung von dem Gebirge ungefähr 2900 Meter hoch und hier wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts drei große Kavernen in den Fels gebaut im Anschluss an eine Autobahn Tunnel, der durch die Abruzzen führt und eben die adriatische Seite mit der römischen Seite verbindet und in der sogenannten Halle C hier befindet sich das Borixino-Experiment. Um Ihnen ungefähr ein Gefühl zu geben, diese Abschirmung gegenüber der kosmischen Strahlung beträgt ungefähr eine Million. Das heißt also, die Anzahl an Myonen unten am Experiment, die ankommt, ist ungefähr eine Million mal kleiner als die Anzahl an Myonen, die wir zum Beispiel jetzt hier in diesem Moment messen würden, wenn wir einen Detektor hätten hier im Deutschen Museum. Ein paar Impressionen von dem Aufbau von Borixino, an dem ich in der Tat maßgeblich beteiligt war. Ich war über zwei Jahre Projektmanager von diesem Projekt, gerade zu der Zeit im Jahr 2000, 2001 und 2002, als das Experiment aufgebaut worden ist. Eine sehr interessante Zeit damals. Sie sehen hier einen Reinraum, in dem alle Komponenten, die in die innere Stahlkugel eingeführt worden sind, zusammengesetzt worden sind unter Reinraumbedingungen. hier einen Fotosensor, einen sogenannten Foto für Vielfacher mit einem Lichtkonzentrator, hier eine Impression der Installation in der Stahlkugel dieser Sensoren, hier ein Blick aus dem Reinraum in die Stahlkugel, bevor der Nylonballon, der den Sintillator beinhaltet, installiert worden ist und hier auch noch ein Bildchen von den Sensoren von dem Myonveto, den äußeren Detektor. Die Entwicklung dieses Experiments hat relativ lange gedauert und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir peinlichst genau darauf geachtet haben, möglichst reine Materialien zu verwenden und das ist gar nicht einfach, weil unsere Welt ist radioaktiv. Also wenn ich von Reinheit spreche, dann immer von radioaktiver Reinheit. Wir sind, wir waren und wir sind darauf angewiesen, in diesem Experiment extrem niedrigste Werte an radioaktiven Spurenelementen zuzulassen und der Grund liegt einfach darin, dass jede Gammastrahlung, jede Betastrahlung im Detektor a priori von einem Neutrinosignal nicht zu unterscheiden ist und wir natürlich deswegen peinlichst bemüht waren, diese Aktivitäten auf ein sehr niedriges Niveau zu halten. Das Wichtigste in diesem Spiel ist natürlich der Sintillator selber. Stellen Sie sich vor, Sie würden radioaktive Spurenelemente mit dem Sintillator in den Detektor hineintransportieren. Eine Katastrophe. Und es ist gar nicht einfach, also es ist extrem schwierig, diese Reinheiten zu erreichen, es ist auch gar nicht einfach, sie überhaupt zu messen und das war der Grund, warum wir diesen Prototyp-Detektor gebaut haben. Dann wird wir überhaupt die Möglichkeit haben, unsere Bemühungen zu überprüfen. Hier sehen Sie eine schematische Darstellung, mit welchen Methoden, Entschuldigung, mit welchen Methoden der Sintillator gereinigt worden ist, mit Destillation, mit Säulen, sogenannte Wasserextraktion. Ich will nicht auf die Details eingehen, es befindet sich auch immer eine Gasphase über den Flüssigkeiten und der Sintillator wurde auch mit extrem reinem Stickstoffgas gespült, um radioaktive Edelgase wie zum Beispiel Krypton 85, die sich hier in der Luft auch befinden, ungefähr ein Becquerel pro Kubikmeter hier eben aus dem Sintillator heraus zu treiben. Um das zu illustrieren, weil es ist schwer zu verstehen, was das bedeutet, diese Vermeidung von Radioaktivität hat nichts mit Strahlenschutz zu tun. Also diese Materialien sind schon extrem rein, aber die meisten von diesen Materialien haben wir in Borixin nicht akzeptieren können. Ein Beispiel, die Uran- und Thorium-Konzentrationen in der Erdkruste liegt in der Größenordnung variiert natürlich, aber liegt in der Größenordnung von 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 im sogenannten PPM-Bereich als Parts per Million. Den Sintillator, den wir bezogen haben, des Rohmateriales im Prinzip Erdöl. Und dieses Erdöl lagert sehr tief, ist von daher schon relativ rein und hat typischerweise als Ausgangsprodukt Konzentrationen von Uran-Thorium und auch von Kalium in der Größenordnung von 10 hoch minus 13, also bereits sieben Größenordnungen weniger. Wir haben vor Beginn des Experiments gewusst, dass der Sollwert, den wir erreichen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, Neutrinos aus der Sonne messen zu können, der liegt bei 10 hoch minus 17. Das sind vier Größenordnungen weg, sozusagen von dem Ausgangsmaterial. Und das ist der Grund, warum wir eben so viel Zeit verbracht haben, um uns Methoden auszudenken, auszuprobieren, zu verwerfen, neue Methoden auszuprobieren, um eben diesen Wert zu erreichen. Wir sind heute nach mehreren Reinigungsprozeduren in Borexino bei 10 hoch minus 19. Meiner Kenntnis nach ist das der reinste Ort bezüglich Radioaktivität auf dieser Erde. 10 hoch minus 19 ist ein gewaltiger Wert. Wir sehen in unserem Detektor, also in den 270 Tonnen, sehen wir maximal einen Zerfall in drei Monaten von Uran, Thorium oder Kalium. Ja, und trotzdem bleibt ein Problem, und zwar die Aktivität von außen. Trotz aller sozusagen Vorkehrungen ist es so, dass die Radioaktivität von außen in den Detektor eindringt und hier benutzen wir die Selbstabschirmung von dem Detektor. Gammastrahlung, Betastrahlung, erst recht Alphastrahlung, zum großen Teil auch Neutronen, die außen gebildet werden, bleiben sozusagen in den äußeren Schichten vom Detektor stecken. Was Sie hier sehen, ist ein Bild, ein Querschnitt von den Ereignissen in unserer Sintillatorkugel. Sie sehen rote, gelbe Bezirke mit hoher Aktivität, aber die befinden sich alle am Rand. In der Mitte haben wir einen reinen Bereich und diesen reinen Bereich, den nutzen wir aus für unsere Analyse und hier spielt es eine Rolle, dass wir in der Lage sind, den Ort von jeder Interaktion der Neutrinos auf ein paar Zentimeter genau zu bestimmen. Wir können damit ein sogenanntes Fiducial Volume bilden, mir ist kein gescheites deutsches Wort eingefallen, ein Vertrauensvolumen im Inneren, das geht über Software, über die Datenanalyse, in denen wir nach den Neutrino-Ereignissen suchen. Am Rand werden diese Aktivitäten zu groß. Nun zu den Ergebnissen. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist das gesamte Spektrum von Borexino in dem Energiebereich um 1 bis ungefähr 2,5 Megaelektronenvolt oder 2500 kV. Die erste Messung, die uns sozusagen stehenden Fußes gelungen ist, war die Messung von Beryllium-7 Neutrinos. Hier auf der linken Seite sehen Sie, wie diese Neutrinos entstehen. Beryllium-7 und Elektronen aus dem solaren Plasma bilden sich zu Lithium-7 und dabei wird ein Neutrino mit einer festen Energie freigesetzt. Und jetzt erinnern Sie sich, was ich gesagt habe, was eben monoenergetische Neutrinos machen, sozusagen im Detektor, das ist eben hier diese stufenartige Verteilung der Rückstoßelektronen. Das ist sozusagen die Signatur, nach der wir gesucht haben und Sie sehen hier eindeutig diese Stufe hier, die man mit bloßem Auge sieht und daraus können wir die Rate an dem Beryllium-7 Neutrinos im Detektor bestimmen. Und Sie sehen, es ist gar nicht so relativ selten, ein bisschen weniger wie 50 Ereignisse pro Tag messen wir in den 100 Tonnen von diesem Fiducial Volume. Aber zweimal 10 hoch 20 Neutrinos sind an einem Tag durch diesen Detektor gerauscht. Also und 50 haben wir nachgewiesen. Das ist die Bedeutung der schwachen Wechselwirkung. Da sehen Sie, dass eben diese Prozesse extrem selten sind. Jetzt könnte man immer noch Zweifel haben, ob diese Ereignisse wirklich von Neutrinos stammen. diese Zweifel wollten wir natürlich zerstreuen. Und ich denke, das ist uns auch gelungen, spätestens als wir zeigen konnten, dass diese Rate, diese Rate von ungefähr 48 Ereignissen ist nicht zeitlich stabil. sondern variiert über ein Jahr. Eine saisonale Variation und die kommt durch die Exzentrität des Orbits der Erde um die Sonne. Das ist ja eine Ellipse. Das heißt, es gibt einen nächsten Abstand, das glaube ich war am 3. Januar und einen entferntesten Abstand. Und wenn wir näher zur Sonne sind, dann ist der Fluss an den Neutrinos etwas höher, ungefähr 7%. Und das ist genau das, was wir hier über ein Jahr sehen. Und zwar jedes Jahr. Es wiederholt sich mit der richtigen Phase und mit der richtigen Amplitude. So dass man sich also sicher sein kann, dass es sich tatsächlich um solare Neutrinos handelt. Die nächste Messung betrifft die Fusion, die sehr selten in der Sonne vorkommt, nämlich eine Dreikörperreaktion von zwei Protonen und einem Elektron gemeinsam. Proton, Elektron, Proton, Pep. Wir nennen die in dem Jargon Pep Neutrinos. Und diese Neutrinos sind deutlich seltener, wie Sie sehen. Hier das Spektrum, die sind auch monoenergetisch, man sieht die Kante und die Rate ist ungefähr zweieinhalb Ereignisse pro Tag. Die PP Neutrinos sind die häufigsten, haben aber nur wenig Energie und deswegen verstecken sie sich sozusagen hier in dem niederenergetischen, das heißt also in dem linken Teil von dem Spektrum, machen hier eine kleine Kante und die haben wir analysiert. Sie sind relativ häufig, Sie sehen hier die Beryllium-7 Neutrinos, hier die Pep- Neutrinos und hier diese kleinen Beitrag kommen von den PP- Neutrinos ungefähr 134 Ereignisse pro Tag. Das Besondere an diesen Neutrinos ist, dass sie aus der fundamentalen Fusion von zwei Protonen zu Deuterium entstehen. Eine Wechselwirkung ist sozusagen die allererste Wechselwirkung in dieser Kette und ist deswegen sozusagen die wichtigste und es war eben von besonderer Bedeutung diese Reaktionen zu messen, weil damit es gelingen konnte, eben sozusagen die Leistung, die nukleare Leistung von der Sonne zu bestimmen, weil es eben sozusagen die wichtigste und die einführendste Reaktion ist. Die Bohr-8 Neutrinos sind die auch relativ selten, aber hoch energetisch. Sie entstehen aus dem Beta-Zerfall von Bohr-8 und Sie sehen hier den Verlauf und die Rate von ungefähr alle fünf Tage ungefähr oder alle zwischen vier und fünf Tagen sehen wir ein Ereignis dieser Bohr-8 Neutrinos in unserem Detektor. Wie kann man jetzt all diese Messungen interpretieren? Nun zuerst zu den PP-Neutrinos. Sie erlauben uns eine Messung der nuklearen Leistung der Sonne. Man nennt es Luminosität. Es ist genauer gesagt eine Messung der aktuellen nuklearen Leistung der Sonne, weil es dauert nur acht Minuten, bis die Neutrinos erreichen. Man kann das mit der Luminosität der elektromagnetischen Abstrahlung vergleichen und Sie sehen, dass die identisch ist in einer sehr guten Übereinstimmung und die Sonne ist also stabil in ihrer Energiefreisetzung über mehr als ungefähr 100.000 Jahre. Das sehen wir aus diesem Experiment, weil so lange dauert es ungefähr, bis die Energie vom inneren Bereich der Sonne bis an die Oberfläche gegangen ist. Die zweite Interpretation hat mit Neutrino-Oszillationen zu tun. Wir wissen seit ungefähr 20 Jahren, dass die Neutrinos ihre Art im Flug verändern. Die Voraussetzung dafür ist, dass Neutrinos Masse haben, diese Neutrino-Oszillationen wurden 1998 zum ersten Mal nachgewiesen und es gab den Nobelpreis im Jahr 2015 dafür. Das heißt, in der Sonne entstehen Elektroneutrinos und ein gewisser Teil von diesen Neutrinos ändert ihre Art und kommt zum Beispiel als Myoneutrinos auf der Erde an. Dieser Effekt heißt Neutrino-Oszillationen, weil er periodisch in der Zeit und im Raum ist. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron Neutrino auf der Erde zu registrieren, folgt einer solchen Sinusfunktion, einer periodischen Funktion. Die Frequenz hängt ab von den Massenunterschieden der Neutrinos und die Amplitude von der Mischung wie Neutrinos mit den sogenannten Masseneigenzuständen gekoppelt sind. Auf das will ich jetzt nicht im Detail eingehen, sondern noch erklären, dass es wichtig ist nur, dass Neutrinomassen eine Rolle spielen und diese Neutrinomassen aber, wenn die Neutrinos durch die Sonne durchgehen noch einen weiteren Effekt unterliegen, sie bekommen eine zusätzliche Masse durch ihre schwache Wechselwirkung mit der Materie in der Sonne. Das kann man vergleichen mit der Optik mit der Doppelbrechung, also wo links- und rechtszirkular polarisiertes Licht, wenn es durch einen transparenten Kristall wie zum Beispiel Kalkspat geht, unterschiedliche Brechungsindizes aufweist. Und das Gleiche passiert mit den Neutrinos, Elektroneutrinos und Myon- Neutrinos bekommen unterschiedliche Massen bei dem Durchgang durch die Sonnenmaterie und das beeinflusst natürlich ebenfalls die Neutrino- Oszillationen, wie wir sie dann im Detektor sehen. Wir können im Detektor a priori zwischen Elektron- und Myon- Neutrinos in ihrer Wechselwirkung nicht unterscheiden, aber indirekt schon, nämlich durch die Beobachtung der Häufigkeit. Und diese Häufigkeitsänderung, die beruht darauf, dass Elektron- Neutrinos mit Elektronen stärker wechselwirken als Myon- Neutrinos und damit die Anzahl der Ereignisse abhängt, ob die Neutrinos oszilliert sind oder nicht. Wenn man diese Ergebnisse nun zusammenfasst, dann kann man die Wahrscheinlichkeit, dass Elektron- Neutrinos, wie sie in der Sonne produziert worden sind, auf der Erde in dieser Art nachweist, kann man als Funktion der Energie auftragen, all diese Wahrscheinlichkeiten, die von 0 bis 1 gehen, hier von 0,2 bis 0,8, sehen Sie hier und das kann man vergleichen mit der Theorie und Sie sehen, dass die Ergebnisse konsistent sind mit diesem Materie-Effekt, der von der Theorie für solare Neutrinos vorhergesagt worden ist. Am Schluss meines Vortrages möchte ich über die CNO- Neutrinos sprechen. Diese CNO- Neutrinos haben uns sozusagen das größte Kopfzerbrechen bereitet und das liegt einfach daran, dass sie so selten sind und dass die anderen Neutrinoquellen quasi einen Untergrund für diese Art der Neutrinos darstellt und wir auch zu kämpfen hatten mit der Restaktivität, nämlich einem speziellen Isotop Wismu 210 das Beta-Zerfall im Detektor gemacht hat. Sie sehen hier, die rote Linie ist die erwartete Beitrag der CNO- Neutrinos und wir haben ein winziges Energiefenster, das hier durch diese gelbe Balken dargestellt ist, mit denen wir diese Neutrinos nachweisen wollten. Das Problem war, dass über konvektive Strömungen in der Flüssigkeit Aktivitäten von außen ständig immer wieder in dieses Fiducial Volume hineingetragen worden sind. In einer großen Aktion haben wir unseren Detektor thermisch isoliert. Sie sehen hier ein Bild nach der Vollendung von dieser thermischen Isolation und wir haben passive und aktive thermische Elemente eingebaut, um eben diesem Problem Herr zu werden, also ein Problem der Fluid Mechanik. Sie sehen hier eine Entwicklung von dem Jahr 2013 bis 2020. Hier wurde die Aktivität in diesem Fiducial Volume bedeutet rot, bedeutet hohe Aktivität blau oder dunkelblau sehr niedrige Aktivität und Sie sehen hier hatten wir am Anfang immer das Problem dass sozusagen schubweise Aktivität von außen immer wieder ins Zentrum von unserem Detektor eingeführt worden ist und dann ist es uns aber Gott sei Dank gelungen eben diesen Detektor möglichst im Inneren freizuhalten und wir haben dann ein Volumen innerhalb des Fiducial Volume definieren können und hier sehen Sie diese dreidimensionale Darstellung in dem wir nach diesem C&O Neutrinos dann erfolgreich Ausschau halten konnten wenn wenn man die Zählstatistik in diesem engen Energiefenster nun nimmt dann haben wir gesehen dass wir einen von Null unterschiedlichen Bereich für die C&O Neutrinos tatsächlich festlegen können das heißt der C&O Neutrino Beitrag zum Spektrum im Borexino kann nicht Null sein und das ist der erstmalige Nachweis der C&O Neutrinos und die C&O Zyklus ist der Zyklus der in den allermeisten Sternen im Universum dafür verantwortlich ist dass die Energie freigesetzt wird hier sehen Sie dann ein Ergebnis einer Analyse der Fluss konnte bestimmt werden auf 7 mal 10 hoch 8 also 700 Millionen Neutrinos pro Quadratzentimeter und Sekunde so viele und so schwer nachzuweisen Was können wir nun aus C&O Neutrinos über die Sonne lernen und Sie sehen hier Fraunhofer und über die Messung der Fraunhofer Linien kann man die Elementhäufigkeit an der Sonnen Oberfläche bestimmen und wenn man das vergleicht mit Messungen der sogenannten Helioseismologie das sind Studien der Untersuchung der Eigenschwingungen von der Sonne die zum Beispiel mit satellitengestützten Doppler Detektoren realisiert werden kann dann gibt es hier ein Problem man weiß nicht wie die sogenannte Metallizität das heißt das Vorkommen der schwereren Elemente jenseits von Helium im Zentrum also im Innern der Sonne ist und hier könnten nun Neutrinos zum ersten Mal eine entscheidende Rolle spielen Sie sehen hier die auf der X-Achse den Fluss der Bohr Neutrinos und nach oben die Beryllium 7 Neutrinos und diese grüne Insel ist der erlaubte Bereich von Borexino und Sie sehen die Vorhersagen in Rot das ist die Vorhersage der hohen Metallizität wie sie von der Helioseismologie bevorzugt wird und hier die von der niedrigen Metallizität und Sie sehen dass Borexino gewissermaßen den Bereich der hohen Metallizität bevorzugt favorisiert allerdings noch nicht in der Lage ist eine definitive Antwort darauf zu geben Mit den Messungen von Borexino kann man auch die Verzweigung Verhältnisse in den relativ kompliziert anschauenden Verzweigungen der PP-Kette messen dadurch dass Borexino sowohl die PP-Neutrinos und die PEP-Neutrinos als auch Beryllium-7 und Bohr-8-Neutrinos gemessen hat und auch das ist im Einklang mit den Sonnenmodellen So zusammenfassend können wir also festhalten dass mit Borexino alle wesentlichen solaren Neutrino Beiträge in einem Experiment vermessen wurden damit wurden wichtige Beiträge zum Verständnis von Neutrino Oszillationen gewonnen nämlich dieser Materie Effekt der vorhergesagt worden ist und wichtige Beiträge zum Verständnis der solaren Astrophysik konnten gewonnen werden die Zukunft könnte so ausschauen dass in der nächsten Zeit in Kanada das NO-Plus Experiment Daten nimmt ebenfalls unter der Erde ungefähr 1000 Tonnen ebenfalls Flüssig Zintillator und ein weiteres Experiment ist zurzeit im Aufbau in China ebenfalls als Untergrund Experiment an dem ich persönlich auch beteiligt bin das Juno Experiment mit einer Masse von 20.000 Tonnen diese beiden Experimente sind sozusagen dann die Nachfolger von Borexino und wir hoffen natürlich alle dass dann diese Experimente ebenfalls so erfolgreich sein werden Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Ja ganz herzlichen Dank Lothar für den schönen Vortrag und für den Blick ins Begegnungszentrum zwischen der Teilchenphysik und der Astrophysik und Sie sind jetzt wieder aufgefordert Ihre Fragen zu stellen Ich habe hier so ein kleines Mobiltelefon hierbei es ist wirklich klein nach heutigen Standards und bitte gehen Sie auf YouTube und tippen Sie Ihre Fragen ein Ich habe zwischendurch Sie schon mal aufgefordert die Fragen noch während des Vortrages zu stellen und es gibt auch schon einige Fragen die reingekommen sind Lassen Sie sich inspirieren durch die Fragen und stellen Sie ruhig weitere Fragen Wir haben ein bisschen Zeit um hier noch klärende Worte zu verlieren Ich fange mit der ersten Frage an die hier gekommen ist konnten auch Neutrinos aus Supernovae beobachtet werden Leider nicht Borexino in der Tat wäre ein Detektor der Supernova Neutrinos eines Gravitationskollapses in unserer Galaxie nachweisen könnte in Form von einem Ausbruch das heißt also keine kontinuierliche Neutrino Emission sondern innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von etwa zehn Sekunden würden wir ungefähr 100 Ereignisse in unserem relativ kleinen Detektor beobachten Leider Borexino misst seit 2007 es gab keine Supernova Explosion in unserer Galaxie oder in der lokalen Gruppe und insofern stehen wir immer noch stehenden Fußes wir sind auch vernetzt mit anderen Neutrino Detektoren wie zum Beispiel Super Camio Kante oder dem IceCube Experiment am Südpol in dem sogenannten SNOOZ Konsortium wo die verschiedenen Detektoren Supernova Alarm geben können so dass man eine gemeinsame Analyse machen kann aber Supernova Ausbrüche erwartet man zwischen zwei und drei pro Jahrhundert also es ist eine relativ langwierige Gelegenheit Naja da müsste noch ein bisschen laufen das ist doch gut Nächste Frage die hier steht können können sie bitte etwas auf die Verfahren eingehen um die Materialien von der Radioaktivität zu befreien könnten diese Verfahren auch benutzt werden um radioaktiven Müll abzubauen wie bei der Transmutation also zwei Fragen einmal zur Erklärung und Extrapolation auf andere Anwendungen Ja es ist also wir haben verschiedene Methoden verwendet um eben die Flüssigkeiten zu reinigen das war uns am wichtigsten andere Materialien wie zum Beispiel die wir verwendet haben für die Elektronik Elektronik ist normalerweise sehr schmutzig also Kondensatoren zum Beispiel die haben wir einfach ausselektiert also wir haben in Garching ein kleines Untergrund Labor in dem wir die radioaktiven Spurenelemente untersuchen können und wir haben einfach entschieden das nehmen wir und das nehmen wir nicht die Methoden die wir entwickelt haben für die Reinigung der Flüssigkeit waren zuerst angelehnt aus der Lebensmittel Technologie also das hat uns am Anfang sehr geholfen dann allerdings mussten wir selber innovativ werden weil natürlich uns niemand mehr helfen konnte bei diesen extrem niedrigen Niveaus wir haben Destillation verwendet wir haben gerade in Garching Silikagel Säulen gebaut extrem reine Silikagel und da gab es zwei Doktor Arbeiten die ich auch betreut habe diese Methode haben wir dann nicht verwendet wir haben Wasserextraktion verwendet die Idee ist relativ simpel Wasser hat ein hohes elektrisches Dipolmoment diese Moleküle des Sintillators sind im Wesentlichen Benzolringe mit so Anhängsel und die haben praktisch elektrisches Dipolmoment Null und das heißt also viele Verunreinigungen haben aber ein elektrisches Dipolmoment und haften sich dann eben an diese H2O-Moleküle an also solche Sachen haben wir gemacht und Aktivkohle fällt mir ein die Kollegen in Heidelberg vom Max-Planck-Institut für Kernphysik haben also Methoden entwickelt um extrem reine Gase zu machen die Frage ob man damit radioaktiven Müll sozusagen reinigt ich glaube das ist nicht der richtige Weg also sie müssen sich vergegenwärtigen dass wir sozusagen schon bei extrem niedrigem Niveau angefangen haben und diese Materialien noch reiner machen wollten wir haben uns nicht mit den Methoden beschäftigt wo wir hochaktive hochaktive Materialien sozusagen entsorgen konzentrieren und so weiter also ich wäre skeptisch ob man das anwenden könnte dann zwischendurch mal ein Lob vielen Dank für den hervorragenden Vortrag muss ich ja dann auch weitergeben das kommt gleich zweimal und dann wäre hier noch eine Frage wäre Wasser als Abstimmung vorstellbar ja selbstverständlich also das habe ich wahrscheinlich nicht richtig noch nicht richtig rübergebracht wir haben ja im Innern die innere Stahlkugel in dem sich der Sintillator befindet wird abgeschirmt durch großen 18 Meter im Durchmesser Wasser Dom das Wasser ist auch gereinigt das mit Standardmethoden Ionentauscher Inverse Osmosis und diese Techniken und ja wir benutzen das das ist ganz ganz wichtig dann hätte ich einfach eine Frage gibt es irgendwelche Pläne mit einem neuen doch größeren Detektor solare Neutrinos zu beobachten oder gibt es keine Motivation dafür das ist eine gute Frage ich habe ja gerade am Schluss Sie sehen ja hier noch an der letzten Folie den 20 Kilotonnen Detektor es ist in der Tat so dass solare Neutrinos mit Borexino auch mit den Super Camukande und dem Snow Experiment die ja immerhin einen Nobelpreis dafür bekommen haben dass natürlich sozusagen die heiße Phase die heiße wissenschaftliche Phase von solaren Neutrinos wahrscheinlich vorbei ist aber man weiß ja nie also mit diesem 20 Kilotonnen Detektor zum Beispiel sind wir in der Lage da haben wir nicht 50 Ereignisse Beryllium 7 pro Tag sondern 5000 und wir können zum Beispiel Analysen machen ob wir winzige Fluktuationen in der Zeit sehen weil wir einfach so eine hohe Statistik haben mit diesem neuen Detektor und eine Möglichkeit ist zum Beispiel weil ich Helioseismologie erwähnt habe da gibt es zwei Arten davon und eine sind Gravitationsmoden die man mit der herkömmlichen Methode praktisch nicht beobachten kann weil die gedämpft werden in der konfektiven Zone der Sonne die außen liegt aber sie beeinflussen die Neutrino Bildung in der Sonne winzig wahrscheinlich nur es gibt Berechnungen natürlich und eventuell gelingt es uns mit diesem Detektor sowas zu sehen vielleicht und vielleicht sehen wir auch eine andere Überraschung die gängige Meinung ist dass solare Neutrinos interessant sind aber dass sozusagen die allererste Fragestellung in der Neutrinophysik woanders liegt das ist richtig aber das kann sich als Wirtum herausstellen man muss sehr vorsichtig sein so hier noch zwei Fragen und ich glaube danach sollten wir dann auch Schluss machen die erste Frage von einem befreundeten Fachmann Wie ist man denn in Kohlenstoff-14-Verunreinigung im Zintillator losgeworden? Gar nicht also das war unser größtes Bauchschmerzen diese die Counting-Test-Facility dieser kleine Prototyp-Detektor wurde eigentlich zuerst wegen dem C14 gemacht genialer Physiker Raju Raghavan praktisch der Vater von Bori Xeno hat vorhergesagt dass wir im Bereich von 10 und minus 18 sein werden und wir sind bei zweimal 10 und minus 18 gelandet und damit haben wir es gut sein lassen wir waren sehr glücklich gut dann komme ich zur letzten Frage konnte man mit dem Borexino-Experiment auch Kenntnisse über Myonen gewinnen konnte man mit dem Borexino-Experiment auch Kenntnisse über Myonen gewinnen über Myonen oh ja ich habe selber eine Doktorarbeit vom Dominik Jeschke vielleicht hör dazu gemacht wir haben fantastische Physiken mit Myonen machen können die in der Atmosphäre entstehen wir sehen zum Beispiel Temperaturunterschiede wir haben im Borexino unterscheiden können wir haben messen können mit welcher Wahrscheinlichkeit Pionen oder Kaonen entstehen und die Myonen machen das sind sozusagen Nebenprodukte die wir gemacht haben wir haben Myonen Physik gemacht jetzt sind nochmal vier Fragen reingekommen ich werde die nicht alle vorlesen sondern eine zufällig auswählen wird man in der Zukunft in der Lage sein Neutrine zum Beispiel von Alpha Centauri nachweisen zu können Alpha Centauri das ist schwierig ich weiß nicht wie weit der weg ist aber ich denke so 30 Lichtjahre oder sowas es wird sehr schwierig der Neutrino Fluss skaliert mit dem Abstand zum Quadrat und solare Neutrinos sind wie Sie gerade gesehen haben nicht leicht zu detektieren es gibt großvolumigen Neutrino Detektor der jetzt Daten nimmt IceCube aber dieser Detektor ist nicht in der Lage solare Neutrinos zu messen das ist ein grober Klotz sozusagen dafür ist er extrem groß das zu vereinheitlichen Sie bräuchten einen so großen Detektor wie IceCube aber mit dem Auflösungsvermögen von Borixiner der steht in den Sternen also ich wäre skeptisch gut dann würde ich vorschlagen dass du die restlichen Fragen hier noch reingetroffen sind vielleicht selbst über den Chat bei YouTube beantwortest ich danke dir ganz herzlich für den schönen Vortrag hat viel Spaß gemacht zuzuhören und beglückwünsche euch zu den tollen Ergebnissen wir haben gerade vorher darüber gesprochen im Endeffekt hat es ja doch 30 Jahre gedauert von den ersten Anfängen bis hin zur letzten Veröffentlichung da muss man schon ein ganz schönes Durchhaltevermögen haben bestimmt ja und jünger wird man dabei auch nicht das ist so bevor wir aber jetzt hier zum Schluss kommen möchte ich Sie noch einladen zu einem weiteren Vortrag aus derselben Reihe nächste Woche gleicher Ort für Sie der gleiche Ort sprich irgendwie Wohnzimmer Schlafzimmer Arbeitszimmer vor diesem Kästchen da das Ihnen so vertraut geworden ist schalten Sie an um 19 Uhr auf dem YouTube Kanal des Deutschen Museums und da geht es um das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße und wie es dazu genutzt werden kann um etwas über die allgemeine Relativitätstheorie zu lernen und diese auch die Vorhersagen zu testen gehalten wird der Vortrag von Stefan Gillissen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und mit dieser Ankündigung möchten wir uns hier aus dem Deutschen Museum ganz herzlich von Ihnen verabschieden wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend hoffen Stelle wiederzusehen ganz herzlichen Dank Bis zum nächsten Mal